Hallo und herzlich willkommen heute mit einer neuen Kritik, denn heute geht es um The Guilty und das ist in dem Fall ein neuer Netflix-Film und das ist ein Remake von einem Film, der vor drei Jahren in Dänemark und dann auch bei uns in Deutschland erschienen ist und den ich damals richtig, richtig gut fand. Denn wir haben hier einen Telefonisten und erfahren eine Entführung einer Frau komplett aus dem seiner Perspektive und wie er dafür kämpft, das Ganze irgendwie aufklären zu können. Nein, mehr ist die Story nicht und mehr will ich auch gar nicht verraten und es ist leider so, dass der Film 1 zu 1 wirklich von dem Text fast oder ich würde sagen 98% davon zum Original gleich ist. Also ich habe mir das Original jetzt nochmal angeschaut Stück für Stück und habe gemerkt, okay, der Dialog ist wirklich 1 zu 1 übersetzt worden und das ist schade. Die hätten da ein bisschen was Neues draus machen können, natürlich spielt es jetzt nicht in Dänemark, sondern es spielt in Los Angeles und da haben sie so ganz kleine Änderungen gemacht und natürlich auch am Ende so eine Art Auflösung, weil ein halboffenes Ende wie das Original, das möchte man nicht. Man möchte, wenn dann so wirklich, dass es einen Abschluss hat, typisch amerikanisch halt. Und dementsprechend ist das ein Film, der am Ende ganz nett geworden ist, aber den es einfach nicht gebraucht hätte, weil das dänische Original hat wesentlich weniger Budget wahrscheinlich gehabt und hat mehr aus den Bildern rausgeholt. Und das war wirklich sehr szenisch umgesetzt und einfach sehr beeindruckend optisch. Der hier, der macht das alles Standard. Das ist okay, aber auch nichts Besonderes. Das Einzige, was er besser macht, ist, dass unter anderem hat der Hauptprotagonist auch ein junges Mädchen an der Strippe, sechs Jahre alt und das ist wesentlich emotionaler und das wirkt auch ein bisschen besser in der amerikanischen Umsetzung. Im Original ist das eher etwas zurückhaltend. Das ist besser. Aber hingegen muss man sagen, dass Jake Gyllenhaal nicht so gut ist wie eben im Original Jacob Sedergren, der wirklich einen sehr coolen Vibe hat und die Rolle einfach ein bisschen besser mit Leben und erfüllt hat und das Ganze ein bisschen authentischer wirkte. Weil, ja, Jake Gyllenhaal macht es nicht schlecht, aber auch nicht so gut wie das Original in dem Fall. Dementsprechend ein Film, den man sich nicht auf Netflix anschauen muss, wie ich finde, weil wenn ihr euch für die Thematik interessiert, schaut euch das Ding auf Amazon an, das Original. Dort ist es ganz normal verfügbar. Wäre da auf jeden Fall meine Empfehlung. Der Film ist für Streaming okay geworden, 3 von 5 Punkten. Aber insgesamt sage ich, ey, lieber das Original gucken. Meine Empfehlung daher, wenn er im Kino laufen würde, nur 2 von 5, weil er eben nicht so viel aus deinen Bildern macht. Das war es soweit mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr das gerne einen Daumen hoch da schaut, auf den Kanal vorbei aktiviert die Glocke. In diesem Sinne, bis demnächst und immer schön weiterzocken. Ciao!